so hallo schnell wieder in eine aufnahme und auch wirklich wieder nur ein part nämlich der part für morgen wir machen weiter bei inferno und letztes mal haben wir dann auch regulär einmal das dunkelheits level abgeschlossen und das tetris level mit secret gefunden und jetzt kommt die sie diszi pulus wenn ihr fit sie oder so okay ja let's go ich bin gespannt ich bin tot dann war ich mir doch schon mal aus so okay das ist aber entscheidend war nur dass ich am anfang sterbe gut dann gucken okay dann brauche ich den wohl dann muss der da oben wahrscheinlich auftauchen und ich muss mit dem weiter oh himmel hilf okay okay i see i see das wird so ein level das wird so ein level in dem ich meine spin jump taste einfach wieder komplett ruinieren werde sehr gut nein also ich hoffe dass diese tastatur nicht den gleichen das gleiche schicksal erleiden muss wie die alte vielleicht will ich da nur einen sprung einen gezielten machen mich auf dem so weil ich denke wenn ich auf dem reite dann könnte ich das schon ja ja sehr gut sehr gut safe 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 und jetzt kann ich daran oder wie muss ich da erst da ich muss bestimmt auf dem erstmal landen vielleicht mit einem spin jump ja okay perfekt dann sollte er mal das kaputt machen so und ich hoffe ich brauche den cooper nicht noch aber ich habe da so meine bedenken wobei ich meine ich habe den typ dabei höchstens für den findet für den shell jump oder so aber ich glaube es ist ja auch zufall zu was der wird na ich glaube es ist ja auch zufall zu was der wird warum sollte ich das da oben aufmachen wollen aber da muss irgendwas hin hier muss irgendwas hin vielleicht ist auch sind auch die blöcke nicht zufall und es ist wirklich bewusst was da ist jeweils nein ich muss doch schon springen ja super ja super nein nein das war nicht wie ich wollte ach so nee ich doof ich kann ja auf ihn drauf wenn er da in der mitte ist ich kann ja auf ihn drauf warum sollte ich denn da muss ja nur hier auftauchen und und wenn er dann mal da jetzt vor mir auftaucht jawohl dann kann ich einfach mit ihm weiter ja okay warum dann da oben das ding eingesperrt ist und was das was das soll weiß ich nicht aber ist auch egal so warum macht man es sich immer so schwierig na was muss da denn hin was ist das für ein münzen also was ist das was ist ich mein das ist durchlässiger boden da müsste jetzt eigentlich irgendwie ein gegner oder sowas oder oder eine shell wahrscheinlich nicht da muss die gelbe shell ist wahrscheinlich nicht zufällig mhm okay wir starten das level nochmal von vorne achso ja hätte ich mit der rituel machen können ups ups ja moin okay dann ist das wahrscheinlich nicht zufällig mit dem ja mit dem cooper da drüben ja aber ich brüste an die shell dann dann muss ich ah i get it ja 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 so nämlich wo aber in mir ist auch nicht gut also ich kann ihn zwar recht schnell stoppen aber dann muss ich ja aber wie 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 mache ich denn muss ich das wirklich so ist es jetzt wieder meine panik version oder ist es so gedacht ja doch das müsste gehen dann schnappe ich mir die shell macht den weg und dann habe ich die shell ja na nicht so sondern rein so stupsen ja genau so und jetzt können wir mal gucken was da drin ist also ich verstehe halt nicht wofür das da oben da oh wait a moment vielleicht für den secret exit kann ich da hoch höh shell geht's dir gut wieso zieht ihr denn durch den boden hier weg ne also da oben ist nix wieso kann ich dann wozu was was ist hey was habe ich gerade getan wo ist die zweite shell herge was das muss ich mir in der aufnahme angucken ja tschüss wo ist denn jetzt die zweite shell herge what was habe ich gemacht das muss ich mir in der aufnahme angucken irgendwo aus irgendwo ist eine zweite shell hergekommen aus einer münze oder so das war ja wild das war ja wild ah ich muss den hier ich okay ich muss ja ja okay perfekt genau so nein den mond brauche ich nicht so das ist doch safe wieder irgendwas was der abschießen kann muss wird aber der kommt jetzt halt nicht ach nee das muss ich machen da ist wahrscheinlich was ist da drin pilz oder so nichts aber ich brauche eine shell hä hä also hier muss ich stehen dann taucht der auf dann mache ich den hier ja moin und jetzt taucht der hier auf aber von hier kann der niemals den block treffen also da kann oh er kann auf dem block aber ich müsste doch da drüben spawnen können also da auf dem auf dem ding da halt mit lr vielleicht jetzt spawnt er da unten schaffe ich es dass der vor mir auf dieser plattform spawnt oder kann er nur auf dem block selber spawnen und dann müsste ich runter oder so in dem moment also da vorne spawnt er irgendwie nicht wenn ich seine möglichkeiten einschränke dann taucht er gar nicht mehr auf jetzt taucht er wieder da auf und so so hat er wieder gar keinen bock hm jetzt ist er da drauf aber dann muss ich während er da drauf ist also wenn er da drauf ist muss der andere gerade unten sein ah moment gecheckt wenn ich hier drauf rumwurschtel ach das ist durchlässig deswegen ist die schelder auch durchgesaust geht das noch schnell genug ne der ist zu langsam okay egal ach so wenn das dadurch ja gecheckt wenn es dadurch geht kann ich es ja so machen hm hm ja moin nein nicht so ok ok gecheckt so ach mensch nein ich will die mit jetzt stress mich mal nicht ich will die ich will die mitnehmen ich will die mitnehmen so von unten geht das nicht man muss die doch so annehmen können hä ja dann muss ich den hier machen ah ja ja ok 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 nein komm schneller ja ok dann warten wir ach dann warten wir halt so jetzt aber ok hm hm ah eisig verstanden verstanden ok ist jetzt zugegeben auch nicht so schwer zu verstehen ok ok muss der nur sitzen der sprung sag mal gerade hatte ich es doch ja und da noch ein bisserl höher müsste der ach so oder der muss gar nicht warte mal ja und dann muss der den treffen nein sehr gut nicht so gut braucht jetzt irgendwo auf der typ ha ha sonst hätte es auch nicht funktioniert da ist das goal so jetzt muss er hier drüben den block treffen nice und dann muss ich irgendwie da hoch kommen also da muss ich jetzt hier einmal den hier machen wie komme ich an die hm ah jetzt verstanden ich bin doof nein ja warte wenn der so mittig ist jetzt ja genau jetzt ah jetzt kommt er ja nicht ok das heißt das kann ich nicht safen dass der da auftaucht ok und jetzt ok und jetzt muss ich es nur noch gut erwischen das müsste jetzt doch machbar sein kann man das hier nicht so nein kann ich das hier nicht so eckig anspringen das ding pfff wahrscheinlich nicht das scheint dann doch nicht so zu gehen das scheint dann doch nicht so zu gehen schade ok nochmal zurück da muss ich den wahrscheinlich beim sprung irgendwie schon mitnehmen weil das das zieht Mario sofort runter also der kann da eigentlich ja der hat da gar kein momentum mehr wenn er den mitnimmt jetzt taucht er da unten auf nein zu klein sehr zu hoch ich glaube sobald ich den berühre ist halt schon vorbei ich glaube das geht nicht so wie ich das vorhabe ich muss es halt ausprobieren das ist das ding das doof ist dass ich nicht speichern kann dass der auftaucht weil wenn ich das lade oh oh jetzt ist er doch da ok ich hab nichts gesagt ja ok der safe ist gut dann kann ich jetzt experimentieren nein 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 der nimmt den sofort an also der nimmt auch also ich glaube da kriege ich kein momentum mehr sobald ich den berühre das muss irgendwie anders wie ist das gedacht wie ist das gedacht ja guck mal ok jetzt habe ich auf jeden fall die bestätigung dass es so wie ich es mir vorstelle nicht funktionieren kann ähm aber dann geht es ja auch mit einer shell nicht besser also hä das check ich noch nicht so ganz was ich da am besten tun könnte oh doch ich habe eine idee der müsste ja wieder auftauchen nach einer weile ne ich weiß jetzt nicht ob die magie auch sich zurück verwandelt taucht der wieder auf ja nein ja das könnte gehen nur ich hätte es gerne von unten eigentlich gehabt ja wir warten wir warten bis er unten auftaucht der soll direkt unter mir sein ja das ist besser es ist zwar nicht unter mir aber das ist bessere ausgangslage als vorher ja ok so geht's ja nice schön 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 ok cool 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 dann führt das weiter in die nächste welt ah das ist da sind wir hier unten sind wir jetzt auch schon lang hoppala hier unten sind wir jetzt auch schon lang gelaufen jetzt sind wir hier oben ok 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 i see ich weiß nicht ob ich in das level reingucken soll oder ob ich es belassen soll dabei ich denke ich belasse es dabei ich wollte nur einen part aufnehmen ich hoffe kurze parts sind für euch ok ähm hallo was was mache ich denn ich hoffe kurze parts sind für euch ok aber besser als vielleicht gar kein part danke fürs zuschauen und tschüss und tschüss